Weil das Ding einfach so hier genutzt wird, dass sowas bescheuert ist. Das passt eh nicht platzmäßig dahin. Haben wir noch ein bisschen Timber? Nicht sehr viel. Haben wir noch Holz? Ja, Holz aber mehr ist genügend. Dann ziehe ich erstmal das hier. Und noch ein paar Plattformen. Obwohl, Plattformen haben wir. Wir hatten viel, aber das ist auch mittlerweile schon wieder verbraucht. In größerem Maßstab. So, erstmal hier den Hintergrund und dann kommt da der Alchemie-Table hin. So. So, Alchemie-Table. So, der Rest sollte jetzt erstmal noch nicht so wichtig sein. Greenhouse. Ist nice to have, aber braucht man nicht. Apotheke. Die könnte da noch reingequetscht werden eventuell. Die ist nicht so groß. Tatsächlich, die passt da rein. Achso, ich kann Pantagen herstellen. Aus Fubemfabrik. Ja, muss nicht sein. Honey-Bage-Pantagen. Ja. Anti-Dotes. Salve. Das ist das, was wir schon so haben. Und die Stimpaks. Aber, ja, das vielleicht. Ich glaube, die macht mehr Geschwindigkeit oder so. Ne, Glow, Glow. Die macht mich, dass ich leuchte. Oh, ich kann Living-Butes herstellen. Das ist interessant. Carbon, warte. Okay, das sind alles Sachen, die unendlich sind. Von dem kriege ich Pantagen schon mal ordentlich herstellen. Ähm, muss aber auch nicht drüber treiben. Hier kann ich Mulch herstellen. Das wäre ein etwas besserer, ähm, Fertilizer. Aber da muss ich meine gekostbaren Blattfibers ausgeben. Das will ich nicht unbedingt. So. Salzwasser. Okay, ich wette, da kommt einfach nur Salz raus. Blut ist, glaube ich, auch für irgendwelche... Oh, jetzt hat sich das hier komplett verabschiedet. Ähm. Gehe ich noch online? Ein Kanal. Okay, aber jetzt steht da, dass ich erst seit zwei Minuten oder so streame. Dann wird zwischendurch wahrscheinlich irgendwie einen Absturz gegeben haben. Und ich weiß nicht, was dazwischen gefehlt hat. Ähm, das ist sowieso blöd. Wie mache ich denn das dann bei YouTube? Ähm, ich gucke mal bei Videos. Ähm, okay. Hm. Ach man, was tut ihr mir an? Jetzt steht da schon wieder 30 Sekunden. Okay, irgendwie scheint das nicht mehr so stabil zu laufen. So, ich habe mal ein bisschen Blut hergestellt. Ähm. Ja, ich hoffe, dass das zweite VOD wird jetzt noch einigermaßen zusammenhängend sein. Ich muss mir das jetzt anschauen. Das ist jetzt erstmal das Ende für diesen Stream. Es tut mir leid, dass das Ende jetzt so ein bisschen abgehackt ist. Aber, ähm. Ich sollte jetzt sowieso mal langsam aber sicher aufhören zu spielen. Und daher ist das jetzt einfach mal der Breaking Point. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ja, dann sehen wir uns demnächst im Stream. Oder ihr schaut euch das VOD an. Und bis zum nächsten Video. Bis dahin. Ciao.